Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch hier auf Nepal oder in Nepal, ja wie auch immer. Wen wählen wir denn mal heute? Ähm, 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 ähm. Ja, wir haben keinen, doch wir haben einen Tank, okay. Dann probiere ich vielleicht mal Symmetra. Habe ich noch nicht so aktiv gespielt, aber ihr seht, ich habe auch einen Skin für sie, dann ist es eigentlich auch mal sinnvoll, wenn man damit spielt. Hallo zusammen. So. Ich will jetzt diese Platte da zerstören. Oder ging das beide nicht? Doch, das müsste doch gehen. Ah, Summer. Ja, Senjata, du hältst uns hier vor, Träger. Dann muss ich echt mal gucken, wie ich meinem Team helfen kann. Das ist in dem Mode, also King of the Hill, äh, grob gesagt, nicht immer ganz so einfach, aber, äh, ja, ich probiere mal. Oh. Gehen wir mal unserem Roadhog hier noch ein extra Schild. Schwachsinn wird mal ich. Ja, nee, allein ergibt das sowieso keinen Sinn. Ab dem nächsten Tod wähle ich wen anders. Na gut, wir haben einen Soldier. Solidar ist gut. So, ähm, wir gucken mal. Was gibt es denn noch so zur Auswahl? Eine Tracer? Wäre eventuell ein Versuch wert, aber, ähm, wirst du weitergehen? Ich gehe einfach mit Double Tank. Ähm, weil mit D.Va, ja. Na? So nicht, so nicht. Na, komm, 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 komm. Gut, wir sind wieder frei. Das ist doch perfekt. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach, wir brauchen gar kein Medikit. Ich dachte schon. Ja, das ist ja in Jata, ne? Oh. Nein. Wir hätten doch gerade unseren Bot zurückge- äh, bekommen. Scheiß, Solidaire. Angeblich hat Blizzard auch einige, ähm, Heroes genervt, aber ich sehe hier nach wie vor keinen Unterschied. So. Na? Komm, hier, D.Va fight. D.Va fight! Ja, gut, wir haben den Medikit eliminiert. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, schieß, wie du willst. Haha, witzig. Schwachsinn, was schieße ich denn da hoch? Ah, guck mal, da ist die andere Diva gewesen. Witzig. Schade. Hehe. Uh. Oh. So, schnell den Bot holen. Ja, den haben wir. Sehr schön. So hat das zu laufen. Danke für den hier. Das nennen wir Teamwork hier. Hier, komm ja nicht so. So. Ich mach einfach mal YOLO. Kein getroffen. Naja, gut. War auch nicht so zu erwarten. Aber es geht ja, wie gesagt, lediglich um den Spaß am Spiel. So, und du machst mal schnell deinen Aim-Bot aus, sonst helfe ich nach, so. Also, ich will ihn jetzt nicht des Hackens beschuldigen, weil das ist ja, äh, solle das Attacke-Nummer, aber. Ja, so ein, so ein Aim-Bot ist schon echt, ja, stark overpowered. Aber, kann natürlich auch mit entsprechend overpowereden Ausgleichsattacken, äh, wettgemacht werden. Tja, während der Ulti gekillt. Dumm gelaufen, ne? Sollen wir mal gucken. Ah, kommt wieder Rolling Bush. So, jetzt könnte ich tatsächlich mal hier gebrauchen. Sehr schön, so hat das zu funktionieren. Perfekt, und das sind gerade mal 5 Minuten. Normalerweise geht das manchmal länger, oder ewig, nahezu ewig. So, randalieren wir mal ein bisschen. Ja, solle da, hast du vielleicht, vielleicht recht. So, dann fliegen wir mal nach vorn. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Ob die Gegner jetzt krass, äh, ja, kontern. Und dann, sweet. Naja. Uh, da hinten ist ne Viva am Ballern. Das hab ich gehört. Ich glaub, ich geh mal rüber. Und dann, äh, ja, probier ich hier so bisschen mild mit die Kills zu kassieren. Und dann, äh, ich bin echt mit dabei. Shit. Boah, dieser, ver... Ja. Dieser verdammte Junkrat. Ich hasse Junkrats. Vor allem wegen ihrer Noobhaftigkeit. Man braucht nämlich nicht besonders viel, äh, Skill dafür. Oh. Nein! Ach, komm. Hätte ich jetzt mein Bot geholt, dann hätte ich mich sowieso wieder überfahren, ey. Also, das heißt, überfahren, überflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. I wear alone. Ja, gut. Dann solltest du dich vielleicht mal dem Team anpassen. Das sind dann die Leute, die ein bisschen sehr von sich selbst überzeugt sind. Nach dem Motto, ich bin hier der Leader. Das passiert leider manchmal. Oder es gibt ein Missverständnis. Das ist dann, ja, doch ärgerlich, ne? Aber man kann nun mal nicht alles haben. Ein Team kann nicht immer perfekt sein. Komm, komm, komm! Och, schade. Wir hätten ihn fast noch gekriegt. Wo bist du denn? Wenn du hier die ganze Zeit sagst, I need help, ja? Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Wie ist er denn überhaupt? L.M. Noel? Ah, der war hinter mir. Okay. Da ist er. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Joa, jetzt fang ich auf, du. Also, Diva macht auch in der Ruhrform noch immer eine Menge Damage. Muss man einfach mal sagen. Aber wir haben halt nur 150 Live-Points. Es kann halt nicht immer gut laufen. Aber wir sind noch positiv. Das freut mich. Und wir haben jetzt unsere Ulti-Ready. Das freut mich auch. Oh, Punkt umkämpft. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach, komm. Bitter, er wurde aus der Map gestupst. Oh. Ich flieg mal in Sicherheitsabstand. Ja. Gut, er hat unseren Reaper gekriegt, aber das sollte es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, das ist mit Diva alles YOLO. Aber ich meine, warum nicht? Ne? Just a game. Ne, mein Freund. So nicht. Ja, genau. Ja, ja. Genau. So, äh, jetzt muss ich mal wechseln hier, sonst krieg ich hier gleich echt Probleme. So, nehmen wir mal Pharah. Mit Pharah kann man eigentlich nie was falsch machen. Ist so ein richtiges Multivunktion, genau. Funktionswerkzeug. Schade. Aber es gibt natürlich noch eine Revanche-Runde. Welches Team I ever had. Okay, es ist definitiv ein Flamer. Entschuldigung, aber da habe ich dann noch kein Herz für. Er sprüht hier ordentlich rum. So, und los geht's. Zack, wir springen rüber. Komm, ja, sehr schön. Oh, so hat das zu laufen. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur mal gerade ein Medipack. Gucken wir mal. 13. Ja, sehr schön. Ja, Entschuldigung, musst du nachladen. Schade drum. Kann man nichts machen. Und dann noch oben der Reaper. Reaper ist häufig einfach nur so ein echter Snacker. Der einfach ankommt und ganz armselig seinen Teammates hier die Kills wegstaugt. Aber na gut, ist natürlich nur meine Meinung. Also, bildet euch eure eigene. Diesmal. Ja, genau. Klar, Junkrat. Ne? Er hat nichts besseres zu tun, als rumzunuben. Entschuldigung, aber Junkrat ist, ist, ne. Aus meiner Sicht der größte Noob, den es gibt. Oder Noob Hero. Weil er macht immer Damage, egal ob man trifft oder nicht, weil er diese Zeitbomben hat, die einfach eine, ja, manchmal merkwürdige Range haben, muss ich sagen. Aber auch natürlich wieder nur meine Meinung. So, dann gehen wir mal hier schön außen rum. Ach, schade, dafür reicht es dann doch nicht. So. Aber da haben wir uns schon mal gerade unseren Jetschub gespart. So. Enemy Reaper ist anscheinend auch ein bisschen dumm. Weißt du was? Frisst das. Ja gut, da kann ich nun mal nichts machen. Das, äh, war jetzt meine Schuld, aber okay, gut. Ne, habt ihr das gesehen, wie lange sein Rad hält hier? Wie lange der da rumrollen kann, bis er mal explodieren muss? Ne, der hat nahezu unendlich Zeit. Das ist... Ja, nicht so schön. Müsste vielleicht noch ein bisschen genervt werden. Aber gut, das ist Blizzard überlassen. So, können wir... Ne, natürlich nicht. Naja, es war eigentlich eine relativ gute Runde, auch wenn da jetzt schon wieder rumgeflamed wird. Aber da kann man nur nichts machen. Nicht jedes Team ergänzt sich perfekt. Manchmal geht das Ganze sogar ohne Chat. Man glaubt es nicht. Und, ja, das Highlight. Ne, also da wurde ich für keinen. Und, äh, wir sagen mal... Ja, es ging eigentlich. Ne, bis auf die Flamer. Aber ansonsten ging es eigentlich. Naja, und damit bedanke ich mich für Zuschauen in dieser Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute. Bis dahin.